Auf der Bühne oder lieber im Publikum? Im Publikum. Keynote oder Diskussion? Diskussion. Kaffee oder Coke? Coca-Cola meinen sie jetzt. Ja, genau. September oder Februar? September. Rap, also Rap zum Essen oder Penne? Äh, Rap. Frühjahrvogel oder lieber eine Nachteule? Nachteule, definitiv. Bluse oder T-Shirt? T-Shirt. T-Shirt. Armbaduhr oder Smartwatch? Keins von beiden. Geht auch. Mensch oder KI? Mensch. Erde oder, das ist jetzt fast einfach, oder Space? Space natürlich. Ja, klar.